Ich bin ein Bluthörnchen. Tadaa! Warte mal, ich wollte das nicht. Ich mache das nur fürs Geld. Folge meinem Stöhnen. Nein, nein, nein! Wenn du nicht fährst, dann schießt. Okay, heute darfst du weitergehen. Das ist doch ein Hirsch! Da ist ein Bär! Oh, warte, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp! Halt, stopp! Und damit Willkommen zu Reelsimulator Teil 3. Ja! Was ist hier? Ja, ja, ja! Ich drücke eh zur Auktion. Was kann ich hier ersteigen? Du drückst so drauf, siehst du es. Ich glaube, ich habe ein Ei weggeworfen. Du kannst auch Eier kaputt machen, indem sie einfach runterfallen. Ach so, die... Wo ist die Peri hin? Ich bin im Hinterstall gesporn. Peri, wir müssen dir da... Oder ich muss dir da eventuell was beichten, weil du warst ja... Du hast ein Haus gebaut? Ich habe das Geld verschleudert. Okay. Escape. Ja. Und dann drücke man oben auf den Reiter Glossar. Ja. Und dann steht da nämlich links, was Tiere können und wie da unten Landwirtschaft funktioniert. Da steht eine Katze. Oh, ich möchte einen Rocky haben. Ein was? Ein Rocky. Eine Katze. Ach so. Gärtnern und Gebästigung. Wieso heißt der Hund mit Vorname Huhn? Ich habe keine Ahnung. Der heißt auch so im Laden Huhn. Ja, da hat wohl jemand kopieren, einfügen und vergessen, umzubenennen. So, und da wir nur noch 44 Dollar haben und damit eigentlich nichts machen können, noch nicht mal mehr Futter für die Hühner kaufen. Wie hast du das geschafft? Ich war reinkaufen. Sagen wir mal so, Kurzform ist, sie hat die Blaupause hergestellt, wir haben das Holz da reingepackt und dann festgestellt, hier muss nach 175 Zement und 45 Metall rein, haben wir nicht. Damit habe ich mir gedacht, fährt sie mal einen Baumarkt, um zu sehen, wie teuer das ist. Und was hat sie gemacht? Ja, so viel Geld haben wir nicht. Aber ich habe schon mal alles gekauft, soweit wie ging. Ja. Okay. Ja, das war etwas... Oh, ich habe kein Wasser mehr. So hat man mir erklärt, machen die das in Griechenland auch. Die bauen ihr Haus, soweit wie sie Geld haben und dann, wenn sie wieder Geld haben, bauen sie weiter. Ja, aber wie machst du denn Geld hier? Wir können doch nicht nur Tiere erschießen. Ach ja, stimmt. Das war ja meine Aufgabe. Ja, was war denn jetzt dein Vorschlag? So, mein Vorschlag ist jetzt, wenn man im Glossal mal nachguckt, wie das funktioniert, wie man hier Dinge macht, dass ihr euch entscheidet, was wir uns als Tiere als nächstes holen. Und damit wir Geld verdienen, um uns das nächste Tier leisten zu können, müssen wir wohl mal einmal kurz Questen fahren. Okay, wo machen wir das? Hier gibt es kein Questen. Es gibt hier Gott. Hier gibt es Questen. Also hier im Menü nicht. Hier im Menü nicht. Und deshalb müssten wir mal fahren. Und es gibt alle Questen, da gibt es richtig, richtig Kohle für. Da sollten wir dann vielleicht mal nachgucken. Klingt nach einer Idee. Na? Oh, ich wollte nicht fahren. Ich wollte auch Bifahrer sein. Oh Gott, ich habe Angst. Oh, das ist ein Lever. Jeeha! Du willst wirklich stehen bleiben? Oh Gott. Wer legt sich mit uns an? Los, los, wer? Oh Gott. Er macht eher Angst, als wie die Pistole. Ja. Ist nicht angesteuert, äh, angeschnallt und steht. Soll ich mal ganz kurz gucken, zu wem wir haben ein bisschen Föhnung. Was ist eigentlich mit den Pelzen? Ja, da hinten ist ein Hirsch. Sollen wir den mitnehmen? Was ist mit den? Was ist denn, ein Hirsch? Ja. Der bringt nicht viel Geld. Äh, wir könnten den Hirsch in der Tat mitnehmen. Ja, wo soll er denn? Da hinten? Dann mach ich ihn weg. Folgt mir! Ich bin ein Bluthörnchen. Da hinten ist er. Ich sehe ihn durch den Wald starten. Ich schleiche mich von hinten ran. Oh, okay. Gut Styling. Ich wollte gerade ganz professionell dahin. Aber okay. Gut. Ich schilfe mir einfach gleichzeitig zu Hause geschossen. Was ist mit dem Hinterbein passiert? Mit dem was? Mit dem Hinterbein von ihm. Hat er wirklich nur drei Stücke? Ja. Aber wenn ihr dir das mal so vorstellst, ne? Da laufen drei Leute durch den Wald, hopsenderweise und haben rohes Fleisch in der Hand. Ja. Schiffo hier, der hier lang fährt, sieht uns jetzt so. Hallo, guck mal her. Naja, normalerweise würde ich aus dem Hirsch auch nicht einfach nur drei Brocken Fleisch rausputzen. Also eigentlich würde ich hier leicht mit uns jetzt herziehen. Hm. Das ist etwas ästhetisch. Das sind wir ein bisschen gruseliger. Ich finde es gruseliger, wenn du drei unidentifizierte Fleischbrocken rumträgt. Ich stehe auf dem Fleisch. Du stehst drauf. Ja. Ich drück's noch ein bisschen glatt. Alle Veganer drücken jetzt auf Diagonieren. Das ist ein Range-Simulator. Es ist ein Spiel. Okay. Ja. Du bist so drauf. Tschüss. Bin ich schneller. Du bleibst drauf. Wir sind gar nicht da. Ich weiß gar nicht, was du hier bist. Beim letzten Mal war da ein Bär. Ich hab geguckt und glaub ja, wer da ist. Okay, wir schauen weiter. Das stimmt. Das ist die ganze Zeit. Das ist manchmal ein Bär. Was war das für ein Geräusch? Überrenn wir sie. Das ist klar. Das ist gruselig. Hier irgendwo entführen und dann erschießen. Was? Was? Da ist der. Ja. Können wir den Bär erschießen? Oh. Tschüss, Bär. Oh Gott. Fertig. Alter, die hat das doch heimlich geübt. Oh. Oh, guck mal, wie er da sitzt. Oh nein. Oh, guck mal, wie er da sitzt. So. Ich wollte sagen, wo sind die Fleischstücke. Kann man mehr? Bleib kurz. Nein, ich bleib kurz hier stehen. Okay. Oder? Guck mal. Geht man so mit Lebensmitteln um? Natürlich. Das nimmt man dann, äh, Braten im Kräutermantel. Wecker. Ein Grasmantel. Ja. 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 Soll ich mit ihm reden? Ja. Ja. Schön dich zu sehen, Partner. Was soll ich sagen? Abriss im Bau. Anhängerlieferung. Schätze aus Haltzeiten. Annehmen? Alles drei. Die mal an. Das sind vier. Annehmen. Ach stimmt. Annehmen. Oh, ich kann nur zwei Sachen nehmen. Ach so, muss man das jetzt hier abreißen für ihn? Wo sind wir abreißen, dass wir Frieden? Oh, abriss kann ich. Abriss kann sie gut. Ja. Dann guck ich zu. Ich mach auch mit. Bopp. 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 Wah! Warum nicht? strahlenswertig alle abgeben können ich habe die scheude abgerüstet was ist jetzt holzplanken machen oder was bedeutet das ob sie anderen annehmen kannst ich kann noch einen nehmen anhängerlieferung oder schätze aus alten zeiten was ist immer schätze aber eigentlich muss ich glaube ich beide einnehmen können ich guck mal nein kann ich nicht jetzt irgendwo absetzen da mache ich schon mal planken wir holen das erste teil und dann setzen würde ich an unsere dicks ok beziehungsweise ich könnte doch auch mit bleiben einer fällt bäume einer macht lang und du bist derjenige mit der aufnahme also musst du mit ob du willst und damit ich bin gerne gerne bei ich bin aber viele holländer unterwegs das erste teil sind relativ nah und einfach zu kriegen und dann denke ich okay du hast du etwa halloween gefeiert nochmal draußen gewesen sowie jetzt die 90 prozent der menschheit er mit paracetamol und einem wärmeküssen im bett da gibt es das erste teil das ist ganz einfach dreht die erste straße links rein und dann sieht das so aus wenn hier so ein dicker weg hochgehen würde was das auch der deutsch nein die sind leider komplett verteilt ich war das hier ein bisschen anders gestoppt kann ich das während der fahrt in der hand halten glaubt nicht und leider was hier ist das fleisch nicht starten und gott nicht gekriegt obwohl paketen auf könnte vielleicht sogar passen so viel ist nicht mehr und was sie sagen anscheinend auf dem fleischschlag okay es wird allerdings ein bisschen ruppig das ist ja sieht aus wie ein weg der hier hochgeht das ist mein fahrstil sagt auch immer so gerne hält er sich mal oben rechts fest das daran merke ich immer wenn ich irgendwie wohl auch so ruckelig fahre wenn mein beifahrer sich da oben festhängt müssen wir oh ein bär ein bär ein bär sehr gut ich schieße erst gar nicht bevor ich ausgestiegen bin ist er ja schon hinüber da gehen wir doch nicht verkaufen hier ist achso hä ist noch ah ok die spawnen nacheinander wenn wir verkaufen gehen dann macht er aber nicht auch den helm mit man kann es ja auswählen was zu verkaufen ist das ist ein bisschen schwierig hier muss man vielleicht noch umdisponieren bis bürger ist nicht weit weg also ihr geht schnell verkaufen und ich warte hier mit dem fleisch ich hätte auch gar nicht schießen können ich musste nachladen ich höre den kater von unten bis hier oben schreien da hat er jetzt ein kindergitarren damit er nicht mehr zur treppe kommt tagsüber findet er das richtig scheiße und nachts ist aber wieder ok ich warte hier den helm nehme ich nicht raus nö 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 ist gut ok ist noch da 120 da ist ne wand ja ich war gerade kurz auf der karte die verkaufsfläche legen ich komme wieder neben dir jägerhaus leidenschaften wie das unterschreibe ich so nicht hier schmeißen es dir davon heranfangen können das ist das fast food was ich jetzt hier mache ist was wir ja vielleicht es ist direkt daneben also nicht schlimm dass das wildfleisch verkaufen weil gibt so einen der mag zwar wildfleisch haben aber das können wir später machen nur nur die angebote käseblauschimmel rinderwurst milch ja genau das sind dinge die wir halt herstellen können und dann bekommst du dafür noch ein extra body jeden tag ändert sich das manchmal hat er sogar wildfleisch drauf stehen heiraten hallo 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 wie sind ich hoffe auf demmschraum ich hoffe auf dem mês 뒤에 druck prüfung sie muss sich ja bei dem fassen natürlich die perspektive kann ich nicht gehen aber da mehr schlicht und ja nur einmal berlin setzen ja da ist ein hirsch wenn ich hier runterspringen während der fahrer den berg hoch du hast mich gegen den hirsch gedonnert und dann gegen den baum aber ich bin nicht abgesprungen ich bin auch nicht gesprungen was mich gegen den hirsch jetzt hirschgeweih gedonnert ich wollte das nicht ich mach das nur fürs geld ja hier aber das hilft ja jetzt nicht ich bin im berg ich sehe licht nähe rechts 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 ja ja ich sehe licht schönes licht macht doch mal l ach so war nicht auch sehr licht wo ist die peri die peri ist zu renn gelaufen na toll wir haben hier drei stücke wie sollen wir denn jetzt drei ich bleibe hier stehen nehmen wir nur zwei mit nein du kommst wieder ich bleibe hier stehen die lassen doch kein fleisch verderben hier wenn schon ein tier dafür sterben musste das will ich schon andere finden nee du kommst aber auch wieder und lässt mich nicht alleine im wald ich finde den weg nicht zurück man darf mich nicht aussetzen kein problem mich ganz mitten im wald aussetzen im dunkeln sogar in tropenwäldern als aber den nassen finger in die luft und dann weiß ich habe immer gesagt wenn da das licht ausgeht und ein bisschen stockdunklen dann bin ich so schnell dass ich in fünf minuten zu hause ich habe immer gesagt nach hause oder mcdonalds bin ich immer ich wollte aber nach hause und ich habe zu einem mcdonalds gefunden dachte ja das ist sehr schön aber früher als ich noch zu mcdonalds gegangen bin oh schießt endlich die kreissäge draußen 880 weil kreissäge am holz schneller war wie holz permanent zur kreissäge zu bringen es sind dinge passiert als du weg warst ich hab auch so wir können gleich zwei dinge tun einmal die karre tanken heute direkt wieder das gute fleischgeld raus klar ja und das andere teil holen jetzt hätte man natürlich noch schlafen gehen können dann wäre es nicht so dunkel ach also bei mir ist gar nicht so dunkel so einmal hier gerade hoch so einmal hier gerade hoch so dunkel und jetzt bin ich schlecht in dunklen orientier äh warte da ist der nächste teil was ist dies ein kelch ein kelch und dann wieder so hoch zu machen ich folge dir wachsen bäume eigentlich wieder nach äh diese bäume nicht wir müssen letztendlich kaufen drück ich jetzt den falschen knopf oder kann ich mit keltchen und nicht rennen das ist korrekt der ist so schwer ja das auto klauen leider nein ist kein gta ne das fleisch eigentlich schlecht der weiß spiel noch nicht so und äh wenn wir den tanker quest die tanker quest dazu gemacht hätten hier hinter der tankstelle dieses rote dieser rote anhänger der da steht da steht er aktuell gar nicht normal steht er dann da dann hätte man den jetzt mitnehmen können ach jetzt mach den holländer nicht bekloppt hier ach ähm 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 ich darf mich nicht äußern was dass er fast getroffen hau schaaf achten sie sind so viel rumgefahren hat das nicht gesehen die kunden Bekunde, Bekunde Was hat sich da geändert? Bleib hier! Bleib hier! Ja, lass ihn leben. Nein! Ich hab jetzt schon zwei Kugeln an ihm verschwendet, das wird mitgenommen. So. Diese Entwicklung, ne? Folge 1, nein, ich töte keine Tiere. Folge 3, haaa, ich schieß auf alle Hüssen. Und wenn ich dir sage, das müsstest du noch nicht mal? Nein, ich bin jetzt hier... Du bist jetzt im Killer-Bodus, ne? Der Jäger aus Leidenschaft stand da in der Stream-Erungenschaft. Ah. Ich, äh, schubse das Fleisch näher an die Straße hier. Huch. Oder auch rückwärts. Scheiße. Oh, es kann den Berg runterkullern, das ist ja schön. Blumms. Ja, das ist nicht. Machi! Machi! Da liegt noch irgendwo einer, der geschlachtet werden muss. Noch einer? Zu drei erledigt. Ja? Ne, zwei, hast, hast du den einen schon? Den einen hab ich schon eingebaut. Ah, okay. Versuche, dass ihr platzsparend irgendwie... Vielleicht wird irgendwann zwei Autos. Bitte? Kann man irgendwann zwei Autos haben? Wir können auch mehr Autos haben. Gib mir das mal in die Hand, dann fahre ich so mit. Und dass dir nicht passt. Ich mich zieh. Ah, ist ja gut. Bitteschön. Ich bedenke, eigentlich würde ich groß Fleisch so niemals in der Hand halten. Ich verstehe. Ich, äh, das ist eklig. Ich könnte niemals Metzger oder Arzt werden. Wenn ich Fleisch schneiden muss, dann am liebsten, wenn's gefroren ist. Wenn ich das sonst eklig finde. Es ist immer noch spannend, ob ich das finde. Irgendwie ist die Landschaft ein bisschen anders. Weiß man nicht, warum. Oh, ist da hinten ein Campingplatz? Äh, ist ein Campingplatz. Ist das Holländer-Treffen? Vielleicht. Fahren die da alle hin? Ah, da ist es alles klar. Ich hab mal falsch geguckt. Äh, wir müssen ihn kurz hoch. Da könnte er aber nicht fertig sein mit dem Quest. Ähm, das restliche Zement holen. Äh, könnte man. Oder wir gehen halt irgendwas Nettes holen, womit man... Die Quest hier kann man in der Tat jeden Tag machen. Okay. Und da ist der Dolch. Warte, wie hast du den denn gefunden? Guck mal auf die Karte. Äh, äh, ja. Du kannst, kannst ranzoomen, wo wir sind. Okay. Siehst du, diese etwas helleren, ich nenn's jetzt mal wie so eine Dreier-Foto oder so, was auch immer. Ja. Diese, äh, Striche. Ja, genau. An der Spitze von der, von der Mitte. Da stehen wir aber nicht. Ne, wir stehen etwas daneben. Ja. Ja. Da ist der Dolch. Okay. Das weiß man aber auch nur, wenn man ihn zufällig... Mal gefunden hat. Okay. Ich wollte doch jetzt mit dem Dolch hinter die Herren, da ist er einfach weg. Ja, mach doch. Ja, ich kann ja nicht rennen mit dem Dolch in der Hand, der ist so schwer. Ne, das kann man glaube ich nur mit der, äh, Maske, äh, mit dem Helm? Maske? Dum, 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 dum. Hm, wir können aber mal eben schlafen gehen. Gehen beim Mondschein mit dem Dolch, äh, Spasschen. Fangen wir zum Kippigplatz. Gehen zum Holländertreffen? Ja. Ja. Oh, warte, jetzt muss ich gucken, ob ich den Dolch platzieren kann. Ne, braucht nicht so viel Platz, denke ich. Ah, Gott sei Dank, jetzt sehen wir, es wird kein Fleisch zurückgelassen. Ah, ich komm nicht drauf, soll jetzt. Juri? Ja. Schlafen. Ja. Ich höre an diesem, ja, ich mach das noch eben zu Ende, ich bin gleich da. Sekunde, muss die Maschine noch ausmachen. Ups, das ist warm, nicht? Sie darf während ich schlafe das Holz weiterschneiden. Suchen Sie sich ein Zelt aus. Schlafe. Darf ich nicht zu dir? Ich komm zu dir. Oh, Gunterton. Kein Problem. Na. Gucken Sie näher, ich halte sie warm. Na, ist ja ich muckelig. Das ist ja schnell vergangen, die Zeit. Wo kann ich die Angeln hier nehmen? Kann man hier angeln? Na. Mit tollen Menschen an der Seite vergeht die Zeit auch wie im Flug. Wenn man ADHS hat, auch so. Und im Bett noch viel schneller. Ich komm nicht hier rein, das Fleisch ist so schwer. Warte, ich brauch ein bisschen an. Warte, 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 warte. Nee, brauchst du nicht. Ich kann ja schon den Knappe aufmachen. Warte mal, hält das Fleisch? Nee, warte, halt, stopp, das Fleisch. Oh mein Gott, halt. Wo ist es hin? Da. Wer will das denn noch kaufen, ey? Okay, wir können. Die 15 Dollar. Das ist voll das gute Fleisch hier, guck dir das mal an. Na, jetzt ein Brillen. Wenig Fett dran, viel Rot. Ist ein paar mal den Berg runtergekullert, das ist... Wir machen ja nie nichts. Aber wir waschen im See. Boah. Ah, sie. Das ist genauso wie in der Regendonne die Hände waschen. Ich weiß ja nicht. Was denn, mach ich was jeden Tag im Garten? Nein! 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 Aber, aber, aber... Okay, du darfst weiterleben. Lauf! Gibt's hier auch noch eine, wo auch Questen gibt's. Wenn du nicht fährst, dann schieß ich. Ich seh noch. Okay. Heute darfst du weiterleben. Da ist noch ein Hirsch! Falsch. Da ist ein Hirsch! Da ist ein Hirsch! Wenn irgendwo bei euch Holz ankommt, sag Bescheid. Da ist noch ein Hirsch! Hier sind drei Stück! Du hast keinen Platz mehr. Ich hab den Baum gefällt und die Hälfte davon ist plötzlich wie so ein Tornado abgehoben und ins Nirvana geschossen. Du meinst, wir kriegen gleich Holzstämmer auf dem Kopf? Bitte sei! Ne, wir fahren nur vor den Baum, sonst passiert hier grad nichts. Hat keiner gesehen? Nein! Wo die Karte ist... Sag mal! Was? Wieso? Wieso fährst du so, dass ich vom Auto falle? Ich habe nichts gemacht. Ja, Trümmerbruch, Hüfte tot, aber... Da ist ein Bär! Wenn du mal gucken, ob ich auf zwei Rädern fahren könnte. Ja, hat gut geklappt. Können wir das mal irgendwo verkaufen jetzt? Ich hab einen Bären gesehen und drei Hirsche. Ich fahr auf einmal weg. Bring Benzin mit. Hast du nicht den Kanister? Du hast den Kanister leer. Du musst den Kanister raus... Der Kanister ist leer? Ja. Okay. Der Kanister oder die Maschine? Beides gleich. Der denkt ja, du musst einmal den Kanister rausnehmen, ne? Und wieder reinstecken, um das vom Kanister da reinzukriegen. Ja, aber die kann ich nicht mehr anstecken, weil der leer ist. Okay. Irgendjemand, während ich nicht da war, hat wohl an Benzin gezutzelt. Was gezutzelt? An was gezutzelt? An Benzin! Na... Ich... ich... ich lasse ich... Muss ich ihn nur ansprechen, oder muss ich das mitnehmen? Ich frage sie nicht. Ansprechen, nimmst du es mit? Ich habe die Schätze der alten Krieger gefunden. Boah. Wir haben wieder Geld, wir sind reich. Richtig. Gleich nicht mehr. Wo gehst du den Einkaufsplan? Und jetzt müsste er... Müsste er... Äh, vielleicht mal überlegen, was wir denn weitermachen. Ob wir das Holz abholen. Ob, äh... Oh, warte! Halt, stopp! Halt, stopp! Halt, stopp! Oh mein Gott! Nicht ohne mein Fleisch. Entschuldigung. Ich ziehe jetzt Platz drauf. Entschuldigung. Jetzt bleibt die aber auch ewig liegen. Das können wir später noch mitnehmen. Nein! Das muss jetzt mit. So, ich bin bereit. Also, wie gesagt, diese Quest kann man halt... Und die ist halt schnell gemacht, ne? Ähm... Kann man halt, äh... Jeden Tag, glaub ich, machen. Ich sehe... Mein Vorschlag wäre, sich jetzt einfach zu überlegen, ob wir auf Milch oder Fleisch gehen. Ich seh's schon kommen. In Folge 10, äh... Herr Schmitz macht jeden Tag diese Quest und die Frauen bauen das Haus auf, äh... Außen dekorieren und würdern die Kühe. Nee! Ja. Ich hab das auch schon in Morin. Der Mann geht arbeiten, ne? Und die Frau macht den Haushalt. Nee! Wir haben gerade gedacht, ich will Milch. Kühe sind niedlich. Ja. Kuh und Ziege da, ne? Kuh. Ich bin doch schon ne Ziege. Das, äh... Korrekt? Äh, wo hab ich gerade von außen reingehen? Äh, hier darfst du dir auswählen, ob du ne... ...fleisch... ...oder ne Milch sein möchtest. Wie viel bringt man Fleisch? Milch, Schweinswurst und Rindswurst wäre heute... ...dran. Wo ist denn die Maus jetzt schon wieder hin? Hallo! Ja! Best Burger! 135 Tonner! Warte, jetzt komm wieder auf den Sitz, dann schleuderst du mich vielleicht nicht weg. Okay. So. Ähm, in der Tat würde ich jetzt einfach vorschlagen, was ist das ein zweites Auto kaufen? Ja. Mhm. Weil du meinst, weil du das erste Ball zu Schrott gefahren hast. Was? Das kann gar nicht wahr sein. Lug da! Lug da! Fett frech. Wie kriegt man den Bodenbewuchs ausgestellt? Liebe YouTube-Gemeinde, äh, dies ist eine Lug... gewesen. Weißt du, ein Bodenblock? Mhm. Ja. Wo mach ich das? Wir drehen? Da die Tour rein. Tür, danke. Dann an den Dominal. Achso, ich rede nicht mit ihm. Ne. Wir brauchen heutzutage keinen Menschen mehr. Der ist hier? Nein, das ist kein Terminal. Ja. Und dann können Sie ein Auto aussuchen. Wenn ich hier einen Tipp geben dürfte, oder einen, äh, Wunsch, oder so, ich hätte er den weißen Pickard. Der ist schöner zu fahren, gegen überall, meint das. Mit dem hat man Kapazität zwei Schweine, ein Schweine, eine Co, oder zwei Ziegen. Uh, was mit dem kleinen Lastwagen haben wir so viel. Warte, wie viel Geld haben wir? Welcher? Welcher Lastwagen? Kleiner Lastwagen. Kleiner Lastwagen. Äh, warte. Ist das so unbrichtig? Achso, doch, wir haben 3.331... Ne, die kleine Lastwagen... Kann man machen, der fährt nur scheiße. Danke. Äh, die kleine Lastwagen für den Hühner reinstellen? Also ich würde den weißen Pickup empfehlen und später noch einen Hänger dazu. Und dann kann man, guck mal noch. Wie so denn der weiße Pickup und nicht der dunkle? Äh, weil der dunkle schwer zu fahren ist. Der ist, der ist, äh, in der Tat, ähm, ganz cool, aber, ähm, du kriegst halt da nicht wirklich was drauf, ne? Bei den Pickup kannst du halt über dem kleinen Nutzfahrzeug auch Zeug hinten draufwerfen. Oder andere? Ihr habt's verschiedene Kühe. Wird gratis spät. Kann sein, dass... Ja, ich glaube, du musst aber direkt nachgefahren. Ne, ich bin halb voll. Du musst halb voll. Okay. Ich bin halb voll. Wo fahren wir denn hin? Pause. Ja. Oh, ah. Ja, ich hab's gelang. Ja, genau. Haha. Ja, genau. Ja, weißt du was? Ich hab's gerade ausgelacht und bist selber voll reingefahren. Wenn dann jemand hinterher fährt, ja, dann verlässt man sich darauf, dass der Vordermann mitgedacht fährt, damit man auch zusammen über Kreuzungen und Ampeln kommt. Aha, Peri, Vorsicht, wir kommen. Ne, ich bin nicht zu Hause, alles gut. Wieso höre ich hinter mir ein Rumpelpumpel? Ja, du bist ein Rumpelpumpel. Oh. Peri ist in der Tankstelle. Wir haben schon wieder kein Wasser mehr und vergehen bald. Wo ist denn der Eimer? Echt jetzt? Im Hühnerstall. An der Pumpe. Im Hühnerstall an dem... Es regnet, es regnet. Ja, das ist eine blöde Sache, weil die Pflanzenbeete bei Regen nicht gewässert werden. Was? Ja. Aber die sind doch ausreichend nass. Was? Ja, jetzt, wo ich gerade was reingedäht habe. Oh, Schnee brauchen die Wasser, sag das doch, dann kümmere ich mich drum. Die brauchen... die saufen. Die saufen richtig. Wollen wir dann nicht mal den Ronnbaum? Ach, jetzt wo wir Geld haben, könnten wir das ja. Jetzt wo wir Geld haben. Mal guck mal, was da noch reinkommt. Zement. Zement. Guck mal, dieser Zement. Gut. Das Haus braucht nur noch 75 Zement. Dann ist es fertig. Ja, ne. Und wir müssen auch die Planken wegbringen. Ja. Acht Stapel müsstet ihr mitnehmen. Was hat sie mit dir gemacht? Was? Von mir war das kleine Auto hinten aufgebockt. Ach so. Na, Alter, wie ist das denn nun passiert? Weiß nicht. Von wegen hinterherfahren, ne? Nein, nein. Bin wieder zu Hause. So wie viele... Ein, zwei, drei, vier... Oh, du hast ja schon alle acht hier vorgesehen. Ja, hab ich doch gesagt. Was ich nicht. Mir ist das Benzin ausgegangen, deswegen war ich kurz auf der Kampscheine. Bis hier ist laufen gegangen, ne? Ja, bis ihr hier seid, ne? Die sind ja auch die Leute draufsetzen. Guck mal, wir können doch mit einem Auto hier fahren. Stimmt. Guck mal, Peri. Lass mal den Kleinen hier. Na! Äh, ja, ich weiß gar nicht. Ich glaub, es ist... Pervis? 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 Was? Was? Wir können... Schön gestapelt. Ja, ne? Wir nehmen heute den Hänger da mit. Äh, mit dem hier ist ein bisschen besser den Hänger zu fahren, weil der ein bisschen stabiler ist. Wobei das auch keinen Spaß macht. Muss man gleich mal ausprobieren. Okay. So schmeckt Filterkaffee und der Ceo-Café so verschieden, es ist doch beides Pulver. Ceo-Café ist Pulver? Ja, ne, Petz ist doch Pulver drin. Da sind's nicht gesehen, super. Hm? Ich glaub schon, vorgekocht und mit dem sind. Der Lappen, der Lappen, der Lappen, der Lappen, der Lappen totes Ziel. Hör! Ein Tod ist ja auch noch, aber er hat da hinten mal schießen. Jetzt hab ich nicht aufgepasst, jetzt hab ich mir einen Kaffee geguckt. Dann hab ich mir den Weg auch. Hier ist ein Anhänger. Oh, ein Anhänger. Genau, da ist es. Da ist dieser. Da ist dieser. Ähm? Hör? 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 Hmh. Nichts. Hör? Ich weiß, was da passiert. Hör? Was ist das denn? Ne komische Beschadig für Auto umdrehen. Hör? Rückwärts anpacken? Tja, wollen wir mal fahren? und der hänger schiebt das alles absicht es ist so eine geile farbeschalige in dem spiel und mit dem kleinen ist sogar noch schlimmer ich gebe gar kein gas was passiert von alleine ich weiß es nicht gehen sie doch mal weg hier waren ich habe ihren anhänger ich bin schneller wie viele baumstelle passen auf ein auto links links da vorne in dieser straße schweizers leiden ich bin und hier links über das Feld abkürzen links 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 zwischen See und dem Feld rechts da vorne ist das Haus Packer bis rechts hier ich habe die baumaterialien ich habe den anhänger besorgt sagt er nur auf wiedersehen nein nur und tschüss was machen wir jetzt ja gute Frage wir brauchen glaube ich auf jeden Fall Futter für die Hühner sonst verrücken wir uns demnächst und wir brauchen Zement ne ja und ne Kuh und ne Kuh packen wir nur die packen wir uns vor ihnen bei den äh ja ich tue mir leid ich habe mich mal verahnt bei den Hühnern rein eindeutig und wenn die Hühner nicht aufpassen hat die Kuh halt neue Pantoffel Gehe ich eng fest. Ich frag mich, ob diese Art Pantoffeln dann auch bei jedem Schritt quietschen. Ich hab das Auto festgefahren. Ich möchte nicht mehr. Hättest du es vielleicht in die Luft schleudern? Ich hab's in den Zaun gesetzt. In den Zaun? Ja, daneben ist eine Scheune. Ich wollte da irgendwo reinfahren. Kriegt man ein neues Auto kaputt? Frag mich. Gute, dass es denn sowas nicht gibt. Achso, was müssen wir denn hier machen? Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Es ist abgeschlossen. Hm? Ja, wirklich. Ich weiß ja nicht. Ich kann dich dir ne Buzzi ein. Oh, das ist eine schöne Autofarbe gewesen. Feindlich sind. Feindlich sind. Ja. So. Ähm. Ich weiß nicht, wie da die Sachen ist. So, wir brauchen Futter. Dann brauchen wir ja einen Baumarkt noch. Zement. Da rechts gibt's Zement. Yes. Das Haus braucht 75 und für den Brunnen habe ich wieder vergessen. Äh. So können wir ja nachgucken. Und ne Kuh. Ja. Ja. Schlimm. Brunnen, 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 Brunnen. Wo ist denn der Brunnen? Ist der da? Die Perika noch gut, oder? Guck mal, man muss jetzt nicht da hinten weg, wo sie sich montiert. Also hier ist sie gar nicht. Dude! Ich versuche gerade die Bretter auf die Baumstimme zu legen, aber das geht nicht. Oh oh. Verdammt. Wieso gibt's hier Farbdosen? Weil man da mit Dingern farben können. Farbdosen. Aber dafür müssen wir erst noch was bauen, damit wir irgendwas anmalen können, ne? Darf ich eine für 40 Dollar kaufen? Da achts nicht lila ist. Ne, mach doch. Es ist lila. Ich weiß nicht, dass. Nein, ich kauf's nicht. Wir haben kein Geld. Doch, das haben wir. Wie viel Zement braucht man noch fürs Haus? 75. 75? Ja. 25, Das fehlt auch. Ich hab das aber. Was brauchen wir für den Brunnen? 25, glaub ich hab ich gesehen, wenn ich so gesehen? Was? Das riecht dann auch mein Kopf hier. Die Geräte aus Länder? Keine Was? Alle Dosen werde nass. Während Regentröpfchen. Wo ist der Eimer? Äh, beim Wasser. Kriegen wir doch einmal mit. Ach, Jocka! Ja. Wir kommen mit nassem Zement. Nein. Nicht mehr Holz fällen. Gut. Wir können auch noch eine größere Tischkreissäge mitbringen. Das ist wie stark. Mit in der Gäste. Warum füllt sich das Wasser nicht mehr auf? Weil, ähm, was? Eigentlich müsste es mal regen, müsste diese Tonne sich auffüllen. Aber wir kommen jetzt, um den Brunnen zu machen. Wenn ich ein Ei hier fast draufgezwecken. Oh nein. Einfach einsperren und nie rauslassen. Aber da können sie doch gar nicht essen. Aber da können sie doch gar nicht essen. Artgerechtes. Ach so, aber kann die Kuh so gar nicht die Chance auf Pantoffeln bekommen. Pantoffeln oder Kartoffeln? Pantoffeln. Was ist mit Pantoffeln? Ja, wenn die Jünger nicht aufpassen, wo die Kuh hintritt, hat die Kuh dann Pantoffeln. Oh je, jetzt habe ich das erst kapiert. Es hat aber gedauert, bis ihr das gemerkt habt. Ich, ich habe den Anfang nicht gehört und da habe ich nur gepantoffeln. Pantoffeln, ich weiß. Oh. Was ist da passiert? Kann man auch von außerhalb die Bäume alle fällen? Äh, ab bestimmte Weite nicht mehr. Ah, aber wir können gleich Satz Ersatzlinge kaufen. Hi. Was ist denn da in deinem Auto los? Wieso? Ich muss mal Bäume holen. Bist du dich ein bisschen überladen? Müsstest du nicht nur auf den Hinterreifen fahren? Ach. Das ist ein gutes Auto. Ey, ey, ey. Oh Gott, ich dachte, was passiert hier? Ich habe das Auto nicht gesehen. Tschüss. Die Kurft hier. Hi. Ich habe da so ein paar Bäume mitgebracht. Cool. Oh, wir sind sehr kreativ gestapelt. Moment. Warst du dann den Brunnen rechtfertig? Ja, natürlich. Cool. Oh, das ist cool. Ich kann das von hier oben bedienen. Die sind jetzt hier mit dem Haus. Oh Gott. Schick. Brautesheim. Bau ein Haus. Oh, wir haben ein Haus. Und es ist nicht Nula. Und wir haben eine Ernte. Noch nicht. Nice. Das ist ein dick. Wir haben sogar damit mit Zement hier den Tisch gebaut. Und Radio. Das ist ja schon wieder so dämlich, das Düssel-Radio-Ding. Das ist ein ganz tolles Radio. Wir haben eine Vorratskammer. Oh, Peri, das ist deine Traumvorratskammer. Da sind sogar Regale schon drin. Wir haben auch die Hintertür in der Vorratskammer. Habe ich dir aufgemacht. Wir haben einen Billardtisch. Mit dem wir nicht spielen können, aber... Wir haben einen Billardtisch. Und ein Doppelbett. Wir haben eine Kerze am Bett stehen. Oh, wie romantisch. Oh, wir haben noch ein Doppelbett. Wir haben oben einen gemeinsamen Schlafraum. Eins? Ja, einen großen Raum mit zwei Doppelbetten. Oh, praktisch. Sweet home Alabama. Da, 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 da. Hm. Wo ist die Kuh? Wir haben gerade, weil du ein Wasserproblem hattest, sind wir gleich hergekommen zum Fettigbauen. Das ist kein Wasserproblem hier mit dem Brunnen. Na. Und es gab die erste Ernte. Ich hab die mal daneben gelegt. Perfekt. Nehmen wir die mit zum Verkaufen? Wenn wir eine Kuh kaufen. Ja, auch da können wir die verkaufen. Das ist gut. Brauchen wir überhaupt Hons? Für irgendwas, das stimmt. Wenn wir eine coolen, separaten Dings machen wollen, bestimmt. Oh, war was? Oh, zack. Was? Was hast du denn jetzt hingekriegt? Ja. Doppelbett. Ich hab's genau gesehen. Ich hab's genau gesehen. Komm, du hast da gehört. Ha. Wie schlecht. Was? Das geht auch mal neben. Das ist Melonenmobil. Lars, du hast es sich gesehen, oder? Ja. Als ich gerade die Bretter hingelegt hab. Mach das Melonenmobil nicht kaputt. Äh, äh. Das ist schon wieder duster. Sag das. Warum hast du eigentlich die Weihnachtsmusik extra für mich angelassen? Die Weihnachtsmusik? Ich hab' gestern schon Weihnachtsmusik gesehen. Wieso haben wir Party bei uns hier vorne im Cockpit? Weil ich meine Stirnlampe angemacht hab, damit du was siehst. Ach, das soll mal nett von dir. Aber warte. Das Auto hat auch Licht. Na gut, dann mach ich das Flashlight wieder raus. Na dann. Wollen sie? Wollen wir verkaufen drücken? Verkaufen drücken, die Kuh kaufen. Ach so, das ist auch alles hier. Ja, okay. Äh, also erstmal verkaufen wir hier. Acht Wassermelonen bringen nur 56 Dollar. Na gut. Kaufen. Eine Milchkuh, ne? Oder eine Rindfleischkuh. Ne, ich würde eine Milchkuh fählen. Eine Milchkuh. Okay. Eine... Eine mit braun auf dem Rücken und Kopf und Bauch und so weiß. Oder eine ganz braune. Oder eine ganz weiße mit ganz rosanen Gummenschneudern. Wie du möchtest. Ja, die Peri will die Kuh. Mit keine schwarz-weiße. Nein. Dann will ich braun. Die ganz braun. Ja. Oder die mit dem braunen und weißen. Die sieht auf dem Bild süßer aus. Dann die. Okay. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Sack Weizen. Warte mal. Ich will zum... Hä? Kommt zur Bar. Kommt. Oh. Die weg. So. Äh. Wir brauchen einen Sack Weizen. Ja. Tumor 2 besser, weil die Hühner fressen hier. Okay. Und wenn wir noch Geld haben sollten, kannst du die Melkmaschine mitnehmen. Die... Ich darf nicht mit der Hand melken. Du kannst doch mit der Hand melken. Ja. Die Melkmaschine. Also du möchtest mit der Hand melken, ja? Ja. Okay. Dann äh, keine Melkmaschine. Ähm. Aber den Topf kannst du mitnehmen. Topf, check. Der sieht aus wie früher, aber auch mal. Das finde ich gut. Äh. Das macht jetzt... Eine Küroxkanzel muss er noch nicht. Miri, gibt's auch einen Fleischwolf, ne? Ähm. Eine Wurstspritze. Wie viel Geld ist noch da? Äh. Also wir haben jetzt 2200 irgendwas und zahlen bisher muss ich 776. Dann nimm mal auf jeden Fall noch einen Blauschimmel mit. Wo finde ich denn das? Äh, Mitte ungefähr. Ich hab ein Problem. Ich hab doch kein Problem. Ist Blauschimmel den Käse? Ja. Wo finde ich den denn? Äh, siehst du den Fleischwolf? Ja. Ja. In der gleichen Reihe, nur ganz rechts. Was ist das denn für making the mochies? Penicillium? Penicillium? Oh, okay. Ja. Okay. Und dann kannst du noch, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Baumsetzlinge ganz unten noch mitnehmen. Oder ne, mach gar nicht so viel, so viel Platz haben wir ja nicht drauf. Direkt nur auf 2 oder so, die vermehren sie je. So. Ja. Vielen Dank für deinen Einkauf. Oh, kann ich ne Mietekatze mitnehmen? So viel Platz haben wir nicht, ne? Mmh, Mietekatze, ne? Du kannst Tiere in deinem Auto transportieren, drücke E-Taste, wenn du mit großen Nutztieren zu tun hast. Sie können dir entweder zu Fuß nach Hause folgen oder ins Auto klettern. Ja. Die Kuh haut doch gerade ab. Würde ich sie einfangen? Oder soll ich... Ich geh mal. Was muss ich tun? E? Ja. Hallo. Komm mal. Jetzt kannst du einfach zum Auto gehen. Wurde ich total abgemagert. Oh nein. Oh nein. Tipsi-Cola? Huch, nein. Hallo, Kuh. Ich muss jetzt mal her. Okay. Also, Kuh, ne? Wir packen die Sachen jetzt unter dich. Bitte nicht austreten. Bitte nicht draufkacken. Wie viel Munition habt ihr noch? Zehn. Fünf von zwei. Sechs von eins. Ich kann noch ein bisschen kaufen. Die hat auch Munition. Ich gucke gerade, ob alles aufgeladen ist. Ja, die nehmen wir eh auf. Die lagern wir nicht. Der Laden hat geschlossen. Ja. Dann gehen wir wieder. What? Kuh guckt aber ein bisschen dünglich. Okay. Das ist neu. Hm? Na dann, der Laden hat geschlossen. Ist ja auch Mitternacht. Ja, äh, vor... Was ist denn hier los? Das war ja im Verkehr. Was war es? Was ist weg? So war es bei mir auch, wo ich dachte so... War ich das? Ja. Pass auf, wir haben eine Kuh dabei. Oh, aha. Oh. Oh, 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 oh. Normalerweise wären wir jetzt tot. Na. Und die Kuh wäre frei. Ich glaube ich kaputt. Irgendwann haben die wirklich hier, äh... Mit... Damage... Mache ich die gleiche Chance wie immer. Und dein Auto geht einfach hoch. Bäri, die Kuh ist da. Bäri, ich habe Flausch mitgebracht. Nein. Die Kuh guckt dünglich. Ich guck so nicht. Ist aber wirklich sehr dünn. Ja. Dann müssen wir jetzt erst mal Fett fressen. Töku. Kuh. Ja. Ich habe schon den Dings aufgemacht. Du bist schon süß. Ich gehe mal einen Baum pflanzen. Ich habe mal Haus gebaut, da muss ich auch einen Baum pflanzen. Dann geh du mal einen Baum pflanzen. Also ist auch eine Babykuh, oder? Ja. Ist so winzelig. Du musst jetzt erst mal wachsen, ne? Halt! Ich wollte sagen. Halt, stopp! Hab ich denn jetzt gepflanzt, ja? Irgendwie nicht, oder? Nee, ich konnte ihn noch gerade anwählen. Ähm. Okay. Die Kuh braucht ja einen etwas größeren Futtertruck. Nee, kann er auch ausfuttern. Wie pflanze ich denn? Aber, ja. Ähm. Suchst du dir nicht für eine Stelle aus, wo du den hinmachen willst? Und sie schlaufen in die Hand, die wir noch nicht haben? Ach so. Ja, dann bringe ich den mal wieder zurück. Ich leg dir mal neben. Und eben das Gemüse hier. Wo ist der andere Baum hin? Oh, ich sehe gerade, wir müssen uns mal verabschieden für heute. Wer hat denn das Gatter hier aufgelassen? Nächster. Nächster. Ja, das haben wir noch ein paar Minuten. Mach das Tor zu, dann will die Kuh da nicht raus. Ach so, du meintest gar nicht die Peri. Dann mach ich wieder auf. So, sag dir jetzt mal Tschüss hier. Tschüss. 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 Tschüss.